Und damit herzlich willkommen zurück. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ja. Ich kann es nicht zur Wahl und dem Klon lassen. Aber was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Hm, hässliche kleines Ding, was? Fuck. Yo! Leck mich! Willst du mich verarschen? Das Ding ist schnell. Ja, klar. Deckung weghauen. Das Ding ist schnell. Ah! Ja, klar. Fick doch die Henne. Willst du mir die Eier rasieren? Du Lappenlurch. Ohne Munition kann ich nicht schießen. Alter. Du Lümmel. Fuck! Ja, man kann sich übertreiben. Yo. Warum nicht unendlich viel? Sag mal, bleib doch mal stehen, du Arschficker. Ja. 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 Komm her. Es geht eigentlich, finde ich. Aua. Oh, du Ratten-Gesicht, du Elendes. Ja. Alter, der hat gesessen. Oh, gucci-gucci-gu. Ich finde, es geht. Okay. Leck mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie darf's denn? Bin doch dran. Glaube ich. ... Ja. Äh, man. festgesetzt. Halt durch, ich bin gleich da. Verhalte dich. Ist das auch Pen Yuna? Oder bleibst du noch ein bisschen? Ich denke mal, den Part mag ich noch. Das fliegt echt gut. Ich muss zu End. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin hier. Bein vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Schild unten. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Stimmt, auch sobald du mich brauchst. Bin ich da. Kommt da her. Sind wir zu schütteln? Aua. Aua. Wo brauch ich was? Aua. Ach, Quatsch. Alter, was war... Willst du... Alter. Man kann's übertreiben, ne? immer. Alter. Das ist gebacken. Alter Schwede. Wow. Boah. Ne, also der Part wäre fast eine Stunde gewesen. Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Besser ist das. So. Diese Waffe, ne? Aber der hat doch noch irgendwas anderes verloren. Also... Oh, der hat doch noch irgendwas... ...Goldenes verloren, mein ich. Oder bin ich jetzt komplett bläm, bläm? Fuchs! Ho, 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 ho. Hammerfuchs. Das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. So. Justin ist Penn. Dann weiß ich, ob die Yuna auch Penn ist. Müssen wir doch hier noch eine Waffe angucken. Achso, die ist ja da unten. Wisst ihr, haben das mich der Berg erinnert? Da ging es auch in einem anderen Spiel hier so ein Wall hoch. Und hier war so ein Vorsprung, so ein Vorort. Ähm. Das war... Ich muss mich überlegen. Klostik 2. Im Miental. Nein. Oh, verdammt. Aber der Kern. Gut. Besser als nichts. Lade. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Hey. Hm. Hm. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up. Wie die Kaja. Wieso? Keine Ahnung. Ja. Warte mal. Ich will mal was gucken. Viel zu viel Variation. Ich will doch einfach nur Damage haben. So, warte mal. Waren eigentlich nicht. Verderbnis. Schaden brauche ich hier nicht. Feuer wäre ganz gut. Ich glaube, hier brauche ich einfach nur Schaden. Fernkampfschaden. Nee. Ah. Eigentlich brauche ich hier nur Damage. Kann man auch so mal machen. Super. Das läuft. Ich glaube, diese Aufnahme mache ich etwas kürzer, weil ich unbedingt winkeln muss. Gut, dass du heil zurück bist. Klar. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du, äh... Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum Entzugserscheinung. Das... Verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art... ...sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint. Unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Äh, es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahre hoch. Also... Aloy. Ich glaub, du willst Informationen. Über dich und die Sinips? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor tausend Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Farzenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also... ...sind die Nachfahren von Farzenith von einem sterbenden Planeten geflohen. Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor tausend Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Äh, und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg... ...zu Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Sie jetzt damit? Als ich herausfand, dass das Zero Dawn System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Sie jetzt wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also wollen die Sie jetzt das Leben auf der Erde vernichten? Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Missionen mitnahmen, sah ich, wie sie die... ...Ureinwohner... ...Abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine... ...regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Ja, das war sie auch schon. ...Dich trainiert. Und du... ...Hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen... ...passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Die Neustadt der Erde zu ihrem Nutzen. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber... ...die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte... ...die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elisabeth Sobeck anordnen würde. Naja... Überraschung. Lol. Also die beiden verstehen sich. Wir haben es also mit denselben Falsienesleuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gérard befähigt sie. Er ist es, der entschied eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Verbena... ...nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes... ...tun sie immer, was er sagt. Eric. Mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen wehzutun. Ja, ich weiß. Du sagtest, dass die Sinets eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantom-Drohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Sinets einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantom-Patrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die sie zu und von ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Sinets, als du getroffen hast? Äh, ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein. Andere Überlebende der Kolonie. Du sagtest, dass die Sinets-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Sinets haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor tausend Jahren und dann Sirius. Und das Altern scheinen sie auch zu überleben. Wie bist du den Sinets entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen. Hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als sie Sinets Eluthias Position in der Biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eluthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Sinets mit dabei. Und wurde von den Rebellen getötet. Außerhalb der Anlage. Verbena ist tot. Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich seh mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Und die redet ganz schön schnell. Um jetzt einfach ein bisschen Story abzurattern. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter nehme ich an. Die Sinets hatten eine Ektogenese-Kammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elisabeths DNA benutzt haben. Elisabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Sinets haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite. Das muss frustrierend sein. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erst bald. Willst du nach oben kommen? Oder also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Sinets besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch zwei weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Was? Was? Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht, wer die Sinets wirklich sind. Dazu kommen meine Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist so weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles. Und jeder wird sterben. Hey. Ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich hab bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay. Ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Was? Das war... Wie zu random. Ihre Verletzung ist nicht schlimm. Aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Hm. Ich komm später wieder und sprech mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. What the heck? Hm. Also wir haben jetzt viele Infos von der bekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich find das ein bisschen komisch. Willkommen zurück. Hallo Gaia. Hey Loy. Wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja, ich hab außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen. Aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment. Führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Ah, fuck. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch, was wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay. Eins nach dem anderen. Tja, ich gehe wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Na dann. Danke, Gaia. Dann werden wir wohl Silence Waffe nicht benutzen. Schade. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elisabeth bei uns. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch zwei nachrangige Funktionen auftreiben. Das ist etwas laut, Ehrenz. Ich weiß. Man will irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Ich habe das nur durch dich entdeckt. Jeder macht mal Fehler. Eloy. Hey. Ich dachte, ich sehe mal nach, wie es dir geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Klar. Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Ach, Quatsch. Bin's gewohnt. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Jo, Emma. Du wolltest über die Landgötter sprechen? Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können. Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es Neustart-Code. Wenn wir ihn zu den Landgöttern bringen, wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Wenn der Code nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern. Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Du meinst Grimmhörner? Wie das beim Kampf in der Werkstatt? Ja. Gaia hat mir geholfen, im Westen zwei zu finden. Gut. Die Maschinen erledigen, die Kontrollkerne holen, um damit den Neustart-Code so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen? Wenn alles gut geht. Aber zwei Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Wir machen's gemeinsam. Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Das wird spaßig. Ich muss jetzt weiter. Kriegen wir hin. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Aber heute nicht mehr Leute. Die meisten sind im Bett. Hm. Die Tür ist jetzt offen. Gaia? Was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein. Aber eine Frage. Die Frau, die Val und Erendt gebracht haben, ist sie mit dir verwandt? Das ist schwer zu erklären. Sie ist eher eine Kopie. Hm. Gut. Wenn sie dir ähnlich ist, ist sie eine Verstärkung. Vielleicht. Ich muss gehen. Na, dann geh schon. Ich finde ihn super. Und seinen einarmigen Banditen. Der stellt nicht viele Fragen. Der macht, was er braucht. Der macht. Ha. Hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Ey, Leute. Wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Das ist das Wegerecht, das Verscharf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Interessant. Mein alter Speer. Frost hat ihn mir gebaut. Als mein Training... Wen meinen die? Inwiefern meinst du das? Ich schaue dir eine Ewigkeit her zu sein. Wen die meinen? Die, die aussieht wie ich? Die Kopie... Die Kopie von Aloy, die wir gerade eben gerettet haben. Äh, b-b-b-bam. Sie kann auch eine Maschinenarmee losschicken, die dir in den Hintern tritt, wenn sie repariert ist. Dann sollte ich es mir wohl nicht mit dir verderben. Wo ist Kotalo hin? Ja, die sieht halt aus wie ich, ne? Die Aloy selbst ist ja kein... Wo ist die Kleine denn hin? Ich glaube, die müsste... Die hier. Die Beta. Das ist eine Klonin von mir. Die haben wir ja gerade eben gerettet. Ich muss jetzt gehen. Ich gucke später nach dir. Ja, klar. Und die ist wie wir. Und die Aloy selbst wurde ja... Ist ja die, ähm... Ähm... Ein Klon von... Äh, Elisabeth Sobek. Die, die Zero Dawn und Gaia geplant hat und gemacht hat. Und... Davon gibt es noch mehr DNA und wahrscheinlich auch ein paar Klone. Weil der Aloy hat ja keine Mama und keinen Papa. Und... Dementsprechend ist das hier alles ein bisschen anders. Ja... Rede mit Talna im Osserrahmenlager. Und dementsprechend... Ist sie uns ähnlich? Die Kleine. Jo... Jo... Gut, wollen wir mal gucken, worüber wir weiter hinreisen. Lol. Aber... Wir haben jetzt... Hier finden wir laut So Grimhörner, deren Teile sie zur Heilung von Rheindlangs Landgöttern braucht. Na dann. Ich sag ihr, dass ich hier bin. Ich würde gerne speichern, bevor ich die So rufe. Weil ich nämlich vor heute jetzt Schluss mache. Meine Kraft ist dein. Im Namen der See. Ja, den Konsolenspeicher hab ich mal aufgeräumt. Hä? Warum hab ich so viel... Hä? Warum? Wollte ich doch gar nicht. Das ist es, warum? Hier, YouTube. Macht's gut. Wollte ich doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht.